Jetzt nur und dann den Champ. Alter, das wir nahe tun. Alter, doppelt oder nicht doppelt gemoppelt? Das frage ich mich jetzt aber schon. Alter, das war's für mich. Toll. Irgendwie hat mich jetzt schon sehr gefreut auf Doppelkämpfe. Ich dachte mir, dass wir gleich so geholfen haben, dass unser Drache da am Start ist. Und dass der gleich ein paar Extras gekriegt hat. Anwerbe, oder was? Anwerbe, oder was? Was war das? Jetzt wäre es super gewesen, wenn mein Starter gewesen wäre. Jetzt, wo ich erstes Mal da so einen Wechsel mache, ja, das wäre jetzt aber so schön, dass man da vielleicht jetzt das Pokémon der Starter da die ganze Zeit gehabt hätte. Oh, fuck. Oh, shit. Oh, shit. Genau, fuck. Komm, Berdestöcke, bevor du da noch einschläfst. Pia. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. Oh, shit. Was? Nicht nur die Hälfte, what the fuck? Aber mit der Verbrennung, die Hälfte. Scheiße. Na gut, auf ein neues. Schlafen wir jetzt? Nein, ja, okay. Irgendwie habe ich dort so das Gefühl, dass er erschlägt. Aber... Vielleicht hat das kein Lieferung, oder so ein Kind, dass das Pokémon vielleicht zu schnell herumdrückt. Wenn man eh schon da auch gehabt hat, oh, der schlägt eh dies, das jenes. Und dann würde ich sagen, wechseln. Oh, das sieht so gut aus. Okay, wir haben noch mehr als genug zum besiegen. Also Dynamaxing wäre jetzt definitiv nicht drin. Oh, Pudi, da kommt doch was auf dich zu. Ha, ha, ha. Geil. Das ist das Geile daran. Du weißt, dass er schon über die Hälfte hat. Und du wirst einfach nur gefickt. Lieb Pedro, komm rein, Leute. Wir zerpicken dir auch noch. Und du weißt einfach, du wirst einfach den Grund und Boden zerpickt. Komm, zeig, Pudi. Zeig dieses Gefühl nochmal her. Ja, mei. Da war nur ein Schuss dahinter. Scheiße, geil. Da kann er mal ein Schuss. Wir sind auch einfach viel zu übertrieben überpowert. Wenn wir, glaube ich, 50 wären und dagegen gehen, dann würde ich das eh nicht schocken. Oh, es scheint aber lieber aus. Äh, ich würde mal sagen, der drückt's. A bisschen. Oh, es ist so. Es ist so, es ist so. Es ist so, es ist so, es ist so. Unamaxing. Haben wir den jetzt schon mal in der Form? Oh, in der Form haben wir ihn schon gehabt. Was ist nix? Danke. Ah, was hat es nicht gesagt. Aber das Geräusch ist hier. Jetzt ist es auch schon wieder sein letztes dran, oder? Das geht so schnell. Alter, das geht so schnell. Oh ja, genau, jetzt kommt doch noch ein Hochhaus. Dünaburm, let's go. Irgendwie schon so ein Leistung, du musst besessen hast, du musst eigentlich das Gesichtsmuster nicht besessen hast, das ist schon ein schlechtes. Alter, eine Attacke, eine Fakke und auch noch Volltreffer. Ja, Trefferquote ist höher auch noch. Oh, ganz komisch, ein Sofall. Alter. Die haben ja alle keine Chance gehabt gegen mich, bist du narisch? Bist du Zeitpunkt, ja okay, wir sind schon fast auf 70. Und die kommt gerade mal aus 60 Grad. Aber trotzdem. Alter. Ein Selfie-Lindo-Zerschmerz. Alles klar. colors Vorsicht. Ich frage mich, ob das eigentlich hier stattfindet. Ich glaube eigentlich schon, oder? Normalerweise schon. Hey, wir zu starten, wie cool. Oh, nice! Oh, geil von ihm, dass der extra noch so... auch noch zu unzählt und so das Ganze. Ich bin aber trotzdem. Nein, Klyurak nimmt der Fix erst am Schluss. 100%. Er nimmt Fix Klyurak erst am Schluss. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass der Kerl als erstes Klyurak nimmt. Nie. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ach. Du Scheiße. Der Jab. Wir. Gegen ihn. Ui. Ui. Die ganze Reise auch hin und wieder mal mit ihm. Schon nice. Das ist immer ein nettes Gespräch. Ja, danke. Danke. Wir wissen ja noch gar nicht, was da eigentlich für ein ganz anderes Team hat. Wir wissen eigentlich da noch gar nichts davon. Ich bin gespannt, was der für ein Team hat. Das werden wir jetzt oder eh kennenlernen. Was? Was? Was ist jetzt los? Wir wollen Kampf! Wir wollen Kampf! Ähm, schön, dass der Klammer aktuell ist und weißt, dass ich gegen ihn kämpfe. Obwohl er noch die ganze Zeit gar nicht dabei ist. Alter! Hui! Sorry! Aber hohoho! Oh! Oh! Okay. 言 Der Kampf muss leider warten. Der Kampf muss leider sein. 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 Ah, da rechts haben wir da noch was. Das will ich mir da kurz einsammeln. Komm, wir fahren, was wir da noch so finden werden. Oh, yay. Auf dich habe ich mich so gefreut. Kleidersteine. Booty. Zerlegen. So heftig, dass wir ihn nie wieder finden. So, perfekt. Next. Schauen wir mal weiter. Ui. Okay, Rufzeichen, die ist der Sehns. Ja, klar, da so da rum. Ey, die wollte nicht. Oh, links, rechts, da war der Kupo-Kitz. Da holen wir mal hin. Nebelsam, du bist der. Warte. Nebelsam. Ui. Wenn dann den schon, oder? Wenn dann den schon. Ein Item zum Teil versteckt Attacken, aber jede Attacke kostet den Dreh. Kapi. Oh. Das. Das kann man auch in Kauf nehmen. Das muss ich schon sagen. Kann man auch ruhig in Kauf nehmen. Aber jedes Mal, wenn du jedes Mal da was verlierst. Ja, ich kann es verstehen, wenn das dann nicht allzuleibernd ist. Kommt drauf an, wie viel der Kapi du verlierst. Und wie stark das im Endeffekt wirklich ist. Ein Rauchball. Ah, na, 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 na. Der, der, der geht, der geht, Herr Thie. Mir wundert, dass das denn alle mal ausguckt ist. Ist er, die Falle da. Alter, das ist... Oh mein Gott, geil. Alter, sogar beide! Na scheiß, die Wandern! Oh, das schaut doch cool aus. Das sieht beide schon richtig nice aus. Was? Und weg. Oh, Alter. Oh. Wee. Wee. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber ich frag mich, wie die dann eigentlich zustande kommen mit dem Schwert und dem Schild. Weißt du was ich mein? Weil da fehlt ja doch irgendwas, he? Da fehlt ja doch irgendwas, Bär. Bei beiden eigentlich besser gesagt sogar. Da fehlt ja irgendwas. Was fehlt da? Ah, ich glaub da eh schon. Irgendwas liegt da eh schon. Da liegt schon was. Schauen wir uns das mal ganz genau an. Ja, nicht einmal den Meisterball. Also, ich mein ja nur. Gerade so beim Ende dieser Szene. Sollte man da schon langsam mal einen Meisterball bekommen. Hab ich dir irgendwas verpasst? Ja. Sollte man da schon langsam mal einen Meisterball bekommen. Hab ich dir irgendwas verpasst? Sollte ich mich jetzt entscheiden? Einmal links einmal rechts. Ich nehme doch lieber Schwert. Okay, aber eh klar. Das ist das Schwert. Das ist eh klar. Ja. 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 tt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020